Junge Ey, das ist nicht normal, ich werde immer gefehlt von außen stehen und nie von dem in den Spielen Ja, schon wieder Das macht absolut keinen Spaß, Max Ich weiß nicht wie du da Spaß fängst, also das ist auch gut, aber Schon wieder, ey Macht doch keinen Spaß Ich kann mich doch nicht auf 10 Leute gleichzeitig konzentrieren